hallo leute und herzlich willkommen zu der dritten room tour auf meinem kanal das ist das 1 millionen abonnenten special ihr habt lange auf gewartet wir machen das jetzt einfach und ja es hat sich ein bisschen was verändert nicht alles ich sag mal 60 prozent beim gleichen aber ihr wolltet es wir machen es auf jeden fall hier links fangen wir schon mal an ikea pflänzchen natürlich keine echte die würde bei mir eingehen ja tür wie wir es aus der alten room tour kennen das ist auf jeden fall exakt die selbe tür wie davor das heißt ich bin ja zwischenzeit nicht umgezogen ich habe mir mal vor geraumer zeit einen saugroboter geholt der ist eigentlich ganz gut der ist neu der war davor nicht da die switch ist auch ebenfalls neu also ja neu weihnachten vorletztes mal der boden ich hoffe ihr hört das wartet mal der ist immer so knackig wie letztes mal der kann ich nicht viel machen das ist ich weiß ich also boden ja ich hätte diesem haus ja nichts machen ich werde jetzt am nächsten mal anfangen zu bauen ihr wisst bescheid 4k fernseher die letztes mal auch auf diese größe hier gestreckt das ist riesengroß ich weiß gar nicht mal wie viel zoll ach ja wenn ihr irgendwas wissen wollt was ich hier mein zimmer habe dann könnt ihr einfach schauen der wie beschreibung ist ein link zu meinen setup da findet ihr alle sachen die ich in meinem zimmer habe oder halt sagen mal die sachen die halt die pc setup oder so ist die halt wichtigsten hier oben auch noch beim alten die ich sage mal schaumstoff dinge das ist ja nicht ganz so halt wobei es halt gerade übel ist ich weiß nicht warum ich habe jetzt aufgeräumt und so vor allem halt sie sind so das habe ich schon im letzten video nicht gezeigt da sind meine konsolen drin einmal eine ps4 pro einmal eine normale ps4 hier hinten die mini konsolen bisschen aufgestapelt dann geht es weiter controller playstation 2 ps4 controller und unten auch eine playstation 3 mit controller also es ist halt wirklich konsolen ich muss ehrlich sagen ich zocke gar nicht mehr konsolen das heißt die vergangenen ja eigentlich so ganz selten dass ich mal konsole spiele außer es kommt irgendein titel raus und so auf konsole gibt es genau so gehen wir mal weiter hier haben wir ein pokémon plüsch von schande das chillt hier ein bisschen rum hier noch autoscooter mit einem dinosaurier drauf bisschen pflanze hinten natürlich auch keine echte ja auch noch immer eigentlich was beim alten die also das ist so gesehen der fernse hier ist nicht viel hier sind fenster geht es dann raus hier ist bett bett bereich ja man erkennt ganz schwer wir sind ein katzenhaushalt man erkennt das ganz schön schwer das passiert über eine katze hat immer an dieser ecke ich weiß nicht warum die diese ecke so die katze lieb hat aus genau diese jedes mal na du flausch merken ist hinten kaputt gemachten nie welcher flausch abhattest was bist du so dann hier also hier ist er fast alles gleich aber vielleicht fällt sich auf das bett ist neu also neu paar jahre und wand ist anders gestrichen die war davor grün ja passt jetzt nicht mehr zum vorhin scheiß drauf also wer sich noch an paddel erinnern kann das noch das bild von ihm war auch in der letzten junte dabei das unsere katze die animus zurückbekommen ist und das bild das bleibt hier am selben spot eigentlich dann haben wir hier ein hirsch sticker aufladdingsbums für die kamera die ich heute habe und da was ganz geiles besonderes das neue das habe ich zum geburtstag bekommen das ist so ein sternhimmel generator das heißt ich kann hier so eine sternhimmel projekte ich kann es mal anmachen dann könnt ihr es gleich mal sehen so sieht das ganze aus wenn es an ist das bewegt sich das kann man verschiedenen farben einstellen und ja also wenn das licht aussieht noch geil raus hier ist noch mal ein iphone das ist schon sehr lange habt ein iphone x nicht spezielles also schon sehr alt mittlerweile und ich bin immer zufrieden damit also da brauche ich kein neues fernbedienung und fernbedienung für die schon diesen amazon stick da wenn wir weitergehen ist ein regal ich weiß ja ich habe das letzte mal schon da war da ist ein keyboard drauf aber ich glaube nicht da waren davor die vitrinen da ist jetzt dieses kleine ikea regal da sind so ein paar kleine sachen drin paar andenken hinten eine xion dopplerone von dario mein cut da hinten hat mir mal ein fan eine red dosh zugesinn tatsächlich also so eine dose red dosh kurz geht noch mal raus an diejenigen ja hier so ein bisschen gerumpelig auch sieht man es vielleicht da sind ein paar fahrtschips und sowas und ja solche sachen wie auf der seite so ein alter bmw ein tesla cybertruck so ein automat so wenn wir jetzt mal rüber schwenken und sehen wir da fängt schon das hat ab an hier fängt schon mal an meine neumann boxen und mit dem subwoofer das sind studio monitore also wer es nicht weiß das ist eine mann ich boxen bei uns monitor wenn man halt musik macht was auch sehr geil ist hier oben ich habe meinen hauch von tüll bekommen habe ich ja aufgehängt ich war es einfach so geil ich habe ein hauch von tüll an der wand genau ja hier unten mein komplett fertig gefahrenes headset man sieht unten links so was weißes rausstellen kabel das ist ja mal neu erholen im akg kopfhörer hier mein mikrofonarm mit einem neumann tlm 103 das ist mein neues mikrofon genau sehr gut fürs aufnehmen und auch ein pop schutz ist drüber genau so dann hier sieht man mein tc helicon das ist ein effekt gerät damit mache ich autotune und so weiter rein wenn ich darauf bock habe oder sample meine stimme nicht zu vergessen mein audio interface was unter dem counter ist wichtig und richtig das ding hier in 100 also schon sagen 100.000 abonnenten counter meine 1 million abonnenten die wir geknackt haben noch mal kuss getroffen die einzelne von euch kuss 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 warte mal bevor wir jetzt hier weitermachen hier oben ist der play button genau ich weiß nicht wo ich dann den 1 million abonnenten play button im baller weil der ist mir fast ein bisschen ich sag mal lieber wenn der hier hängt das war meine ersten 100.000 das war halt der krasseste meilenstelle aber ich weiß es ist jetzt viel viel mehr wenn du dann ein million abonnenten button hast aber das war so dass ich mir gedacht habe jetzt habe ich was erreicht so weit ist eine million ist auch krass aber ich weiß nicht ich finde ja da passt auch design technisch viel besser hin ist wenn da sowas gelbes ist ich schaue mal wo ich denn an den hängen das ist auch neu gekommen damit set up xyl und schriftzug habe ich von der schande geschickt bekommen zum geburtstag genau habe ich hier aufgehängt perfekt perfekt passt super zum setup hier haben die ente und meine cam das ist die cam die ich verwende für mein hund meine tastatur ein bisschen erneuert ist nicht mehr das alte modell von älteres modell ist mir eingegangen ist das nachkommende modell von dem von der letzten tour habe ich ein bisschen so eingestellt im sag mal retro stil mit diesem blau violett ich liebe das einfach dann hier sieht man meinen stream weg das große damit kann ich halt alles abspielen und ob es und so weiter eine hand ablage ich mir mal gegönnt sehr geil maus immer noch dieselbe jetzt kommen wir mal zu den top neuerungen zu meinem zimmer was davor auf jeden fall nicht da war dass dieser sessel das ist ein ergonomischer stuhl 10.000 mal besser als diese ganzen gaming chairs damit kann man echt lange sitzen und es tut einfach nichts weh da passt sich der rücken an man sieht ja auch dass hier das ganze hier ist ja komplett variabel dass man legt sich hin und man denkt man sitzt auf dem stuhl weil das halt sich perfekt anpasst das ding ist sehr teuer ich werde keine preise hier heute nennen ihr könnt aber nachgucken ich verlinke die sachen wenn euch irgendwas interessiert könnt ihr nachgucken und wie gesagt das ding war halt saugmäßig teuer für einen sessel aber es hat sich trotzdem gelohnt um jetzt mal das ganze setup in einem zu sehen so sieht es dann aus ist halt schon geil so jetzt kommen wir zum herzstück von meinem zimmer mein rechner das ist immer noch derselbe rechner bietet dasselbe gehäuse im inneren hat sich ein bisschen was getan nämlich habe ich jetzt mal spiele msi supreme 390 er verbaut eine sehr starke grafikkarte meine schön gesleeften kabel und dann in der mitte weil das jetzt ein drei anschluss ist ich habe noch immer ganz gekauft also bitte haut mich nicht die bisschen chaotisch aus aber ja mein gott ich habe es noch nicht eingestellt jetzt dass meine ram riegel im richtigen licht leuchten sollten die jetzt ebenfalls so in diesem ja ich sag mal violett sein hat nicht ganz geklappt muss ich wieder einstellen genau dass wir selbst nicht mal bitte fragt mich nicht warum sich das nur wie sagte das ist irgendwie vom mainboard aus dass das halt sich ab und zu mal wie sette ich habe von kurs habe ich mir immer meine neue wasserkühlung gewinnt davor war ja ich glaube wie kreis wasser kühlung verbaut irgendwann habe ich mir so eine geholt und ja es läuft halt alles so dermaßen leise also diese grafikkarte hier wo sie sagen wir bis jetzt die beste was gekauft aber so leise ist da gibt es auch ein leisen und laut muss ich hab den leisen so aktiv und erreicht halt komplett aus ja viel kann man sich reingucken wie noch ein paar alte ssds sind insgesamt sehr viele ssds verbaut ich glaube warte mal hier hängt eine m2 ssd insgesamt sind dreimal solche m2 ssds verbaut ach ja und meine cpu habe ich vor ich glaube ein halb jahren oder zwei jahren mal geköpft und habe dann mal ja dieses flüssigmetall reingeballert dass sie viel kühler ist und es funktioniert wirklich es ist zwar sehr aufwendig gewesen aber es hat sich gelohnt der pc läuft halt jetzt kühler und hat leise so sieht jetzt vom weiten aus mich triggern und gerade irgendwie dass diese rammriegel noch immer rot sind aber mein gott so wenn ich jetzt natürlich hier alles ausmache finde ich sieht es noch besser aus dann sieht es viel viel abgespaced aus die uhr da hinten geht jetzt aus weil die hat so einen sensor drin also nicht wundern es sieht im dunkeln schon geiler aus also finde ich macht auf jeden fall was der kabelmanagement weil ich immer gefragt werde wo sind die kabel ich zeige das jetzt mal die wurden im letzten video wurden die fragen gestellt was ich damit gemacht habe also hier seht ihr gehen die ganzen kabel lang und wenn ihr da genau hinguckt hier da geht so ein ganzer kabelschacht runter das heißt ich habe hier so ein ich sag mal es sieht aus als würde es fliegen die monitore dabei sind sie wirklich wenn man genau hinguckt hier auch angemacht am tisch und hier sieht man es auch vielleicht da geht das kabel von der keyboard also vom keyboard und von der maus gehen auch runter da habe ich ein loch durchgebohrt es kommt unten raus das einzige kabel was man sieht ist hier unten das läuft ja einmal durch das ist das für die vitrinen rechts das war ich bestimmt gleich was ich da alles habe aber kabelmanagement ist sonst on top guck mich das bitte an das ist so clean also man sieht kein kabel auf dem pc aus man sieht es einfach nicht gut außer man guckt hier genau hin ja da geht das kabel runter formen alle sieht man auch von der maus das kabel ja gut das ist halt kabelmanagement aber wenn man so hoch guckt das ist halt das ist einfach nur geil so ich lasse das licht jetzt aus wer sich fragt ist gerade wirklich bei uns sex wo morgens ja ist es ich habe jetzt die ganze nacht hier durch gemacht und habe eigentlich das zimmer schön gemacht für euch also ich muss das auch noch schneiden das heißt dass ihr heute das video bekommt genau ja das ist das set up wir gehen jetzt aber weiter leute jetzt kommen wir zu den vitrinen ich habe das nicht wusste ich bin waffen hört die ganzen waffen hier war sind es eher soft waffen oder diese ich sag mal wie nennt man das diese 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 dübel verschießenden waffen oder halt streckschuss waffen das sind alles keine echte waffen also normalen vorn an und ja das ist halt meine sammlung ich habe jetzt extra hier aufgemacht hier geht es dann noch weiter genau hier das sind auch normal erst oft waffen hinten ist noch eine vollautomatische airsoft ist in deutschland sogar nicht erlaubt bei uns in österreich darf man die aber haben das sind auch keine richtigen es ist es keine sind keine millimeter patronen das sind ausgenommen patronen das heißt jetzt nichts drin also keine sorge natürlich vitrine schön und die glock hinten zeigt euch gleich das ding ist nämlich für mich so ein bisschen schmuckstück weil das die erste lizenzierte glock war als airsoft und ich wollte sie unbedingt haben ja so sieht das ding aus das ist eine 18er c glock das heißt es ist halt wirklich eine vollautomatische man sieht ja auch noch mal das ist eine airsoft das heißt die schießt keine echte patronen also ja er funktioniert mit gas und das ist das was ich meinte das ist bei euch in deutsch also für die deutschen zuschauer das war ich verboten bei uns in österreich darf man die noch haben die vollautomatischen airsoft waffen ich verstehe auch nicht warum man das irgendwie verbietet weil es ist ja egal ob jetzt vollautomatisch geht oder nicht es ist halt immer noch eine airsoft waffen und das geile ist halt hier dieses magazin dieses erweiterte das ist eben das heftige und hier der schalter zum switchen also zurückgestellt das ganze sie steht da hinten verpackt ich habe mich kein platz um waffen hinzustellen laser auch wichtig zu wissen ist bei uns in österreich auch illegal gedürfen an airsoft waffen und solche waffen laser anbauen in deutschland ebenfalls nicht erlaubt also ihr werdet euch noch ein paar andere sachen sehen die uns erlaubt sind bei euch nicht sondern kommen erst mal zu der ersten gt abteilung da hinten das sind solche ich sag mal ähnlich wie lego figuren das sind links dieses kubrick dann habe ich hier meinen gta 5 für pc hier habe ich so ein zippo rechts und ist so ein usb stick hier sind solche ich sag mal sind es noch mal diese 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 pins oder sowas genau ein paar anhänger ja das war die erste seite hier wird etwas teurer das ist eigentlich so mein absoluter ich sag mal höchster wert denn ich habe so da drin in der vitrine diese figur jetzt nicht glauben aber ich habe gesagt keine preise wie kann ich sagen die kostet so zwischen 800 bis über 1000 euro wenn man sie sich holen will das ist von gta 3 hier sieht man es auch so eine spezialfigur das ist cloud werden vielleicht kennt und ich musste sie unbedingt haben ich habe die zweimal weil man sieht hier gerade die jacke ist eigentlich aus leder also wer es nicht weiß klaut hat eine lederjacke sieht sich aus wie leder das problem ist das ist qualitativ so schlecht verarbeitet gewesen das war also ein kunst jeder dass das abgegangen ist das heißt ich habe ein zweites ding gekauft so eine zweite jacke und da war auch die figur dabei weil ich diese jacke neu haben wollte und das heißt ich habe eine ausstellerfigur hier die er draußen steht und aufgepasst hier ist die zweite figur so man sieht das auch diese lederjacke drin das ist die schönere figur das heißt ich habe zweimal so eine figur so gesehen halt verpackt mit den ganzen waffen und so die halt dabei sind spiegel ist ein bisschen weiß aber ja genau dann haben wir hier noch vom pc gta alle teile bis san andreas halt also nicht alle teile hat geht ja drei bis san andreas heißt das weiß ich auch noch dabei gab hier noch gta 2 und gta gab es ja auch noch genau so dann kommen wir ebenfalls noch zu einem schönen stück das hier preislich fast beim selben das ist der key zur liberty city das heißt das ist wirklich etwas spezielles das hat man nur bekommen ich glaube das sind von die ersten 100 oder 1000 die gta 4 durch gespielt haben haben diesen schlüssel bekommen das heißt den gab es nur einmal für die ganz kurze zeit den zugeschickt kommt von rockstar games ich habe ihn gekauft auch ein teures sammler stück in so einem case auch drin und ich musste den auch noch haben so hinten auch eben was diese lego figuren diese kubrick figuren weiß die fehlt mir noch genau das fehlt mir noch hier auch noch mal diese auf links diese 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 pinzelt so hier geht es weiter dass die gta 4 abteilung komplett geht ja viel kennzeichen und über die city station of happiness also diese statu das soll die frau kinden seien da sie kennt ich probiere es mal einzufangen das ist frau clinton weil die mal irgendwas gegen gta hatte dass das spiel ja so brutal ist und so weiter und da hat rockstar damals die figuren gta 4 nach der frau clinton design finde ich irgendwie lustig und das hat irgendwie humor hält auch ein kaffeebecher also ist nicht die freiheitsstatue von new york das ist halt wie diese andenken die man sich holen kann in new york wenn man ist kann man diese aus plastik kaufen das haben die hat nachgemacht hier noch so ein heft der art of grand theft auto 4 das war dabei bei so einer spezial edition die ich damals gekauft habe mit meinem vater mit damals gekauft ich war damals ein kind ich war damals noch in der grundschule war ich da was das ding hier noch gehabt so alt bin ich schon leider so alt und so alt ist gta 4 so das ist ja so eine gemischt abteilung hinten vom youtube play button die verpackung hier so ein ufo wer sie kennen diese haunibu oder haunibu wie man es aussprechen möchte aus so einem fake lego also man lacht ja nicht mehr lego darf man ja nicht man muss ja dazu klemmen steine sagen es kommt lego und haupte erst mal in rein genauso ist es also ein ufo zum zusammenbauen dann hier noch so ein ufo und hier unten mein 3d geprinteter dorsch kommst du vielleicht fokussieren genau denn dort steht ihr aber auch schon so jetzt kommen wir mal zu meiner messerabteilung hier ist auch noch mal eine schöne uhr die ich geschenkt bekommen habe von schande und bmw eine bmw uhr recht drei bmw die auch normalen kleine affe von black ops 2 werden vielleicht noch kennt genau und hier jetzt die messersammel ich muss noch mal dazu sagen weil ich die auch schon mal gezeigt habe auf insta da kamen immer wieder hohe kommentare ja du weißt aber schon dass die illegal sind also es geht hier um die messer hier oben das sind butterfly messer die sind tatsächlich deutschland illegal aber ihr wisst ich lebe in österreich das heißt hier auch ab 18 frei erwerblich und die kann man hier kaufen komplett legal also in deutschland nicht legal und schon fragt mich bitte nicht warum in deutschland diese messer nicht legal sind ich habe ja mitbekommen dass bei adlerson der hat die mal gezeigt irgendwo sein messer genau so ein butterfly messer war es glaube ich war ein springmesser der hat tatsächlich eine hausdurchsuchung bekommen weil er das in einem video gezeigt hat in deutschland hausdurchsuchung polizei ist reingekommen hat alle sobs genommen hat die messer mitgenommen musste dann strafe zahlen illegalen waffenbesitzers also das schalte mich schon echt hart lächerlich wenn du denkst wegen so einem messerchen ich denke mir so die hier unten wenn zum beispiel in deutschland auch legal so sowas und dann hast du halt ein butterfly das ist halt exakt dasselbe nur halt anders zu zum aus jedenfalls bitte nicht rumholen bei uns legal ich wohne in österreich noch mal für alle zu mitschreiben genau so sind die vitrinen aus alles schön aufgestapelt schön hergerichtet war mir wichtig dass er schön aussieht und ja wenn ich dann irgendwann umziehen sollte kommt das auf jeden fall in meinen eigenen gaming raum in mein gaming büro jetzt ist das ja alles ja eigentlich kein einzelner raum das ist ja wirklich schlafzimmer und büro so gesehen wie gaming room alles in einem ach ja bei der wetter oben fast in furious stuff ja alles geschenkt bekommen bitte ich glaube zwei selber gekauft zwei mal die super andere gedacht hat haben die noch nicht habe ich dann einmal zum geburtstag bekommen aber dann hatte ich sie schon also da nochmal landen sind diese spongebob memes da habe ich einmal Patrick und einmal hier den spongebob habe ich auch noch mal mit dem rainbow so hier der wohlbekannte router der immer wieder um die uhrzeit wenn ich streame offline geht noch mal ein einzelner wlan kasten habe ich mir noch dazu gekauft er kann zwar auch wlan aber das besser dann jetzt kommen wir mal zu etwas besonderem von der special edition von destroyer humans habe ich mir gekauft crypto wer kennt crypto genau hier sieht man es auch destroyer humans die special edition die ich mir damals gegönnt habe und jetzt passt er auf das ist nicht alles das ist der aliens ufos liebe ich einfach das musste sein hier unten noch original verpackt das ufo ich habe es noch nicht ausgepackt ich wollte es irgendwie drin lassen ich wusste nicht wo ich es hinstellen soll also habe ich es in den karton gelassen ja hier nochmal fast and furious special sachen von hot wheels war das genau meine capture card ich ausgebaut habe ich keinen platz mehr dafür hatte weil ich da eine ssd eingebaut habe genau liegt ja auch um und hier besonders für die katzen wenn die katze mal zum schlaf das wird nie benutzt ich habe es gekauft von ikea es wird nie benutzt und hier sieht man ja wer kommt denn da aus dem kratzbaum so wenn wir uns jetzt hier ganz krass durch den wald kehren dann finden wir hier auch der komplett hinüber ist und komplett alt und kaputt ist perfekt das ist der ventilator ich mir mal anmacht wenn es heiße im zimmer wird ich meine im sommer habe ich zwar anders klimaanlage dichter aber zu reinballern wenn ich streame kann ich die nicht reinballern weil das das fenster offen hört dass jeder soll sich das immer noch mal im ganzen so ein bisschen vorstellen können so räumlich her so sieht das aus ich habe das licht ausgemacht hier noch mal mit den lämpelchen mit den lichtern und mit dem ganzen zeug gedöhnt speedpapo und hier nochmal der fernseher genau also so ist das ja als aufgeteilt es ist halt ja eigentlich ein größeres zimmer wie platz auf jeden fall wie gesagt ich freue mich wenn ich hier mal ausziehen darf und ein eigenes kleines büro habe dass ich nicht aufstehe ja hier aufstehe zum pc und direkt arbeiten dass man das trennen könnte ich kann das nicht trennen ist es halt ganz schön schwer und es halt hier so laut es ist halt richtig hier drin weil ich aufgeräumt habe und hier kein scheiß mehr drin ist jetzt halt im ganzen zimmer das triggert mich gerade richtig heftig für was habe ich das hier alles gekauft ach ja hinten da war ja auch mal eins weg gemacht ja da war mal stimmt da war ja mal dieses gta bild ist hier gegangen deshalb habe ich das weg gemacht aber das ist das ist das habe ich nicht immer aufgehängt ja moin ich hab mir gerade auf ja moin jo leute ich hoffe euch hat diese roomtour gefallen es ist ein bisschen hat sich was verändert nicht viel aber ihr wolltet das unbedingt sehen und ja wie gesagt vielen dank nochmal an die eine million dann muss ich mich echt noch mal bedanken bei euch persönlich falls ihr was haben wollt wie gesagt alles in der beschreibung habe ich was verlinkt unter meinem setup da findet ihr die sachen wenn ihr noch irgendwelche fragen habt vielleicht in den kommentaren schreibt es gerne rein genau schaut in meinen merch shop vorbei wenn ihr rein wollt da könnte ich mir vielleicht ein bisschen merch zeigen muss mal gucken ob ich noch was da habe genau schaut gerne im merch shop ich habe jetzt die zwei teile hier die frisch gewaschen sind ja wie alt ist das schon ich glaube das ist hier schon eineinhalb jahre zwei jahre alt ja ihr seht qualitativ ist da geht nichts ab oder so also schaut gerne shop vorbei also leute wir sehen uns vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns bis zum nächsten mal haut rein